Ich bin 25 Jahre alt, ich will nicht mit Corona leben, bis ich 40 werde. Ja, weil Sie den Menschen Angst machen wollen. War das Absicht? Ich glaube schon, ja, sonst würden Sie ihn nicht so nennen. BQ1, kurz Zerberus, der griechische Höllenhund in den kommenden Monaten im Winter. 58% der Menschen sagen würden ja, sie würden eine Ausweitung der bisherigen Maskenpflicht befürworten. Was glaubt, meine lieben Seelen, willkommen zurück beim Friedvollen Krieger. Ja, heute sind wir unterwegs hier in Graz und drehen eine Umfrage zum Thema des Höllenhundes. Du hörst richtig, es gibt eine neue Corona-Variante. Und was wird diesen Winter eigentlich geschehen? Das ist der dritte Winter in Folge. Brauchen wir vielleicht neuen Lockdown? Haben die Menschen Angst vor dem Schoßhund, nicht Schoßhund, Höllenhund, Höllenhund? Ich finde, der Name ist auf jeden Fall sehr gefälscht gewählt, habe ich recht. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Jo, eine Frage kurz einmal, ne? Wie schaut es aus mit dem Höllenhund? Hast du Angst vor dem Höllenhund hier? Was ist das? Das ist ein Höllenhund. Hölle? Ein Höllenhund. Höllenhund? Das ist die neue Corona-Variante, der Höllenhund. Höllenhund. Ja, ja, der Höllenhund. Gibt es hier die neue Corona-Variante? Wir gucken mal nach. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Wie geht es dir? Ja, wunderbar, wunderbar. Alles super soweit. Du, eine Frage. Es gibt eine neue Variante von Corona. Schon gehört? Nein, nein, gehört noch. Nicht gehört. Ich habe keinen Bock mehr über Corona zu reden, ganz ehrlich. So schaut es aus, wa? Ja, wirklich. Es ist jedes Mal etwas Neues. Jetzt müsst ihr das machen, dann müssen wir das machen. Wir dürfen rausgehen, alles machen, aber danach müssen wir uns wieder einsperren. Die Variante heißt Höllenhund. 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 Also nichts. Alpha, Omega, Beta oder so. Nein, habe ich noch nie gehört. Und du? Nein, auch nicht. Die helfen ja auch, die Masken, wa? Das ist ganz klar. Sehr sicher, ne? Am besten gleich drei aufsetzen, dann hilft es mir, ne? Am besten drei. Ja, sicher. Vor allem ja auch beim Höllenhund. Ja, da empfehle ich gleich Fünfe dann, wenn das gefährlich ist. Das ist ja ein gefährlicher Name, Höllenhund. Ja, sicher. Das hört sich richtig gefährlich an. Ich brauche von dir, brauchen wir einen Höllenhund. Hast du irgendwie, guck mal, das ist doch ein Höllenhund hier. Ja, ist ein Höllenhund. Warte mal. Hör mal. Der sieht aus wie ein Höllenhund. Ja. Darf ich den bei dir kaufen? Ja, sicher. Ja, super. Kaufen Sie, kaufen Sie, bitte, ja. Nehme ich auch direkt fünf Masken dazu mit? Ja, das ist auf jeden Fall. Da sind wir geschützt? Ja, sicher, dann hast du einen Problemschutz, ne? Warum ist der Name nicht Schoßhund? Warum Höllenhund? Das wird gefährlicher klingen eventuell. Richtig. Können Sie dir vorstellen, dass aber viele Menschen sich dadurch Angst machen lassen, vor allem die Älteren, und dann die sagen, vielleicht brauchen wir wieder neue Maßnahmen, einen 2G, 1G Lockdown? Das könnte funktionieren bei gewissen Leuten, auf jeden Fall. Denkst du, das ist das Ziel wieder der Experten, in diesem dritten Winter in Folge wieder loszulegen? Womöglich kann das passieren, ja. Aber das ist gerade unvorstellbar, ne? Aktuell schon, wenn man so durch die Menschenmassen durchgeht, stimmt das, ja. Denkst du gerade so, als ob das kommen wird, als ob es kommen wird? Aber ich finde auf jeden Fall der Name schon mal dafür prädestiniert, wa? Auf jeden Fall. Ich habe noch nichts davon gehört, also kann ich mir keine Meinung bilden. Na ja, wenn die Experten das sagen, dann bin ich dabei. Warum nicht? Ist nicht der Name Höllenhund ein bisschen zu radikal gewählt, dass er quasi Angst schüren könnte? Ist ja der aus der griechischen Mythologie der Wärter der Unterwelt, wo die Toten... Idiotisch ist der Name, wenn Sie mich fragen. Wer hat den Namen erfunden? Die Wissenschaftler. Sobald schaut Ihnen ähnlich. Oder nicht? Durch die Auswahl des Namens kann man ja auch die Menschen beeinflussen. Wenn das heißt jetzt Schoßhund, also vom Schoß heißt keine Angst. Okay, okay, das stimmt. Weil ich meine, das macht den Menschen doch wieder Angst, dieser Höllenhund, es gibt doch keinen schlimmeren Begriff. Das will man ja, dem Angst machen. Genau so ist es. Also Angst... Absicht dahinter, ja, sicher. Also Angst machen, ist das die Absicht dahinter? Ja, sicher. Angst machen ist das Wichtigste. Absolut, ja. Damit die Menschen wieder schön funktionieren. Ja, das ist Angst schüren. Angst schüren? Angst schüren. Ja, weil Sie den Menschen Angst machen wollen. Ah, das ist Absicht? Ich glaube schon, ja, sonst würden Sie ihn nicht so nennen. Also man muss ja wirklich lachen schon. Ich muss wirklich lachen. Ist der Name nicht sehr gefährlich gewählt? Ja, kann schon sein, aber... Aber ich glaube, wir wissen schon, was sie tun, also finde ich das okay. Findest du den Namen gut gewählt? Ja. Man braucht für alles einen Namen und wenn sie das so entscheiden, dann soll es so sein, ja. Ich kenne genug Leute, die im Krankenhaus waren wegen Corona, dann soll das so sein, ja. Weil seit fünf Tagen in allen Medien wiederum wird überall erzählt, es gibt den Höllenhund gefährlich und so weiter. Wir müssen sogar die Pfeilzahlen steigen an, exponentiell steigen sie an, neue Symptome werden geordnet, die Impfung wirkt eventuell nicht richtig. Aber die Menschen glauben ja nicht mehr an die Hölle. Das stimmt, aber die Menschen glauben an die Experten, an die Wissenschaft. Die Wissenschaftler sind quasi die neuen Priester, die wir haben. Ja, genau, so ist es, gell? Die Querdenker, oder wie man halt auch immer sagt, durch die Angst, was verbreitet wird, werden die ja immer mehr. Ja, und dann, wenn die da herumrennen und dann denkt sich einer, hey, der könnte vielleicht recht haben. Jetzt ist ja erst Anfang November, die fangen gerade erst die Spirale hoch, in zwei Wochen in aller Munde. Gerade fängt es erst wieder an mit dem Trend. Dauert ja nur in der Woche, auf einmal sind Breaking News, Sondersendungen, Talkshows, die haben ja alle Kanäle, alle Zeitungen. Manipuliert. Die Menschen werden einfach manipuliert. Manipuliert, durch Informationen. Und die Informationen. Falsche Informationen. Richtig, Desinformation. Und keiner wird einen Lockdown mitmachen, wenn die sagen würden, es wäre die Schoßhund-Variante. Macht keiner mit. Bei der Höllenhund-Variante, da machen sie alle mit. Brauchen wir einen Lockdown wegen dem Höllenhund? Unbedingt. Das ist ironisch gemeint. Ja, natürlich. Also hart ironisch gemeint. Natürlich ironisch gemeint, sowieso. Nur ironisch. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht mehr. Wir brauchen alles nicht. Alles nicht mehr. Ich denke ja, wir brauchen dann unbedingt dann. Ich glaube schon, es ist eine gefährliche Variante, oder? Ich weiß nicht, ich höre das jetzt zum ersten Mal, die Variante, aber die hört sich ziemlich gefährlich an. Da wirst du bald noch viel darüber hören, denn die Medien werden in den nächsten Wochen wieder Alarm schlagen, es wird durch die Runden gehen. Die Fallzahlen steigen gerade exponentiell wieder an. Also ich habe kein Problem damit beim Lockdown. Aber die Menschen generell, sie sind arm. Es ist nicht menschenwürdig, es ist menschenunwürdig. Ich glaube schon, ich hoffe es noch nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Es kann alles passieren, man kann nicht wissen. Es kann auch passieren, wir stehen morgen auf, es ist Lockdown. Es kommt der dritte Winter am Stück. Wann hört es auf? Das wären die Entscheidende, was sie auskennen. Sicher, alles kann sein. Alles kann sein. Aber wir denken gerade noch so, das kann nicht mehr sein, wir haben doch jetzt schon vier Impfungen, als ob es noch Lockdown kommen könnte. Ich glaube, es kann alles passieren, so wie es in der Welt so weit ausschaut. Hätten wir direkte Demokratie und wir dürfen mitbestimmen, wer hat die der Meinung, wir sollten selber entscheiden dürfen darüber? Oder sollen das die Experten für uns alle halt regeln? Die Experten, weil die sich auskennen, ja. Aber die Frage ist gut, wo hört das auf? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie haben die Menschen überlebt in Afghanistan? Ja, es ist andere Mentalität, sage ich mal. Wie andere? Das ist eine Pandemie auf der ganzen Welt, wie andere Mentalität? Ja, die Leute haben dort andere Mentalität als die Leute da. Wir sind doch noch näher, die Afghanen. Das ist halt die Liebe, die Liebe schützt. Liebe schützt, Lollan die Liebe schützt, so gut ausgelehrt. Ja, Spaß. Das ist halt die Liebe, die Liebe schützt, so gut ausgerichtet.